Die Sendung wurde live untertitelt. Ach komm, ich setz mich da oben irgendwo ins Gebüsch rein, und dann gehe ich Sion und Sniper ein bisschen. Das wär doch lässig gewesen, oder nicht? Ja. Oh naja. Wäre gewesen. Hätte wenn und aber. Ja, ich hab noch Musik gefunden. Hier rennt einer. Bist du das? An den Gleisen? Ne, da rennt einer mit Waffe. Unter Rucksack. Schießen. Hammerhart. Nur nicht mal eine Minute auf dem Server und schon so den ersten Spieler gesehen. Oh, wo bist du? Mit einem Svetkeuer? Ja, 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 ich renne jetzt doch zur Kirche. Ja, Dennis, ich hab ne Mosi. Hast du ne Waffe? Ja, ich kann dir eine geben. Ne, dass du ihn ablängst. Der Typ ist weggerannt, der ist weggerannt. Aber warte mal. Ich bin jetzt hier bei der Kirche, wo bist du jetzt? Polizei. Wo war die Nummer? Ach, ja, da. So mal den jagen, so mal den jagenden Typ. Sonst warte doch mal kurz. Ich komm mit meinem Lupita zu euch. Wir Mosi, hab ich jetzt für mich. Schienen oder so? Dann streben uns kurz ein bisschen außerhalb. Nein, wir gehen ins Jagen. Ich bin nicht in die Kirche. Ich bin nicht in die Kirche. Ich renne jetzt den Typ hinterher. Ähm, ähm. Wasser, Schienen. Weil, ich glaub der will, ich glaub der will hinten, wo es diese Netze gibt. Zu dem Strand, weißt du wo? Also das hier sind... Da, da oben rennt er, ja, ja. Der rennt zu den Netzen. Ich renne da hin, ich hab ja Sniper. Ich weiß nicht, du bist am Bachhafen, ja? Ich bin jetzt am Hafen. Norden. Renn nach Norden. Renn am Wasser. Ich bin am Hafen. Ich renne jetzt nach Norden. Die Küste entlang. Ich seh' dich. Ich seh' dich. Hinter dir. Ja, okay. Ja, ja, ich seh' dich. Ich seh' dich. Ich seh' dich. Ja, ja, genau. Der Typ, der ist schon viel weiter weg. Der ist hinten am Horizont verschwunden grad. Voll Action. Stimmt. Stimmt. Ja, scheiße, ey. An... Anstatt dem direkt hinterher zu rennen, so. Ich hab' jetzt nicht damit gerechnet, dass... Also jetzt nicht dran gedacht, dass du auch noch ne Waffe brauchst, so. Das wäre gleich in den Sinn gekommen, den jetzt zu... zu jagen. Ah, ne, warte. Ah, der trifft mich auch noch, alter. Du beschossen? Ein Zombie. Scheiße, ich blute. Boah, dieser scheiß Zombie, Alter. Sag mir wohl, er ist echt da hinten durchgelaufen. Ganz hinten. Ja, ja. Ich... Mach der Server faxen. Ich kann mich nicht verbinden. Stimmt nur Receiving. Ah, jetzt geht's. Ja, ich komm schon... Der muss auch erst mal... Wenn der da ankommt, muss er auch erst mal looten. Bis dahin sind wir auch da. Wo rennt der hin? Also ich dann immer noch am Wasser. Jaja, das ist schon ein Stück. Naja, wie gesagt, ich bringe ein BP damit. Wenn wir uns ein bisschen außerhalb treffen können, dann... Jo. Läufst du am Wasser? Oder meinst du, er ist am Wasser? Genau. Ne, der ist ein bisschen weiter dem Hügel hoch, aber... Das Ziel ist das gleiche. Ich renne unten am Wasser entlang. Ja, mach ich auch. Weil wenn der oben ist, dann renne ich lieber unten. Nicht, dass der noch irgendwo sich hinhockt. Ne, und dann abwartet. Da liegt ein blaues Licht. Scheiße, sieht man nicht. Wo wird der hier langlaufen? War er ausgerüstet? Ja, der hatte einen roten Dryback, ne? So ein Marlin. Backpack. Und irgendeine Waffe in der Hand. Hab ich aber nicht gesehen welche. Ich geh den Felsen hier oben... Das Problem ist nur, dass mein Charakter immer noch so am Zittern ist. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Und du kannst es gern bei Sachen... Äh, wie gesagt... Wenn wir uns doch... Wenn wir uns treffen, bevor ihr sterbt... Und dann... Dann kann ich... Dann kann ich dir links geben... Ne Wapp und nen Rucksack. Und hunting backneck. Hast du gehört? Victor? Nein. Wenn du nicht stirbst, dann gebe ich dir nachher ab. Und wenn ich bis dahin also bei euch bin... Dann gebe ich dir einen Rucksack... Und ne Waffe. Als Gegenzug verlange ich von dir einen Börderweg. Ein einzigen Reuner. Dann bin ich fertig. Na, was denkst du, wo dann der hin? Was hab ich doch gesagt. Hinten, wo die Boote sind. Der sucht bestimmt nach Netzen. Ich weiß noch nicht. Oder der hat oben ein Zelt aufgeschlagen und rennt zu seinem Zelt. Kann auch sein. Was fällt es? Aber... Denk ich mal nicht. Obwohl hier ja nicht voll die guten Verstecke sind zwischen den Felsen hier. Da bin ich einmal lang gerannt. Da hab ich mich verirrt. Weil das ist... Ey. Das ist der Hammer. Wie viel Gänge es da gibt und so. Und man weiß halt nicht, wo man rauskommt, wenn man nicht so lang rennt und so. Und dann... Wo man noch... Noch ein Gang und noch ein Gang und... Naja. Und dann eine Sackgasse. Doch. Ich bin voll der Irrgarten. Ja, okay. Okay. Ich bin voll der Irrgarten. Ich bin voll der Irrgarten. Ja, okay. Ja, dann weiter. Warte mal. Heißes. Sag mir mal, wo der ist. Ich bin jetzt auch da. Ganz unten bist du? Nein. Ich bin jetzt hier... ...hinteren Haus. Die Sterne Felden bevorsteht hier. Ich mach die Sicht näher. Was für ein Haus denn? Dieses braune? Ganz unten im Tal ist er. Ganz unten im Tal. Ich bin jetzt hier bei diesem Strandhaus. Jetzt kommt er zurück. Ne, er geht wieder. Derzeit ist er bei den Booten. Jetzt die Straße. Er kommt wieder zurück. Also wenn du irgendwie nicht hier runterläufst. Er geht ins Haus rein. Das Erste. Ja, da ist er trotzdem besser. Äh... Ich glaube ich hab'n... Oder? Da liegt ein Boot nebensan. Er ist raus. Ich komm' wieder zurück. Ja, das Erste Haus sagt mir wenig. Ja, Mann. Im Tal unten. Am Wasser. Du meinst diesen Steg da? Ja, und hinten an der Straße sind zwei Häuser. Er ist aus dem Hinteren wieder raus. Ach so, okay, okay. Aber wo? Ach das Haus da hinten, meinst du? Ja, jetzt die Straße hoch. Lauf die Straße hoch. Ich komm' hier lang. Ah, scheiße. Ich hab' mir die Beine gebrochen. Was? Ich hab' mir die Beine gebrochen. Ich hab' mir die Beine gebrochen. Ich krieg' mich gebacken. Ich hab' zwei Probleme. Erstens häng' ich fest. Also ich komm' nicht mehr weg, wo ich hier gerade stehe. Ja, wo ist der denn jetzt? Ich seh' den nicht. Ja, die Straße hoch. Ja, die Straße hoch. Ja. Ach, die Straße weg vom Wasser, oder was? Ja. Ach so. Was geht ab? Ich komme nicht weg. Hast du ihn jetzt aus den Augen verloren? Ja. Ich wollte ihn hinterherladen. Weil ich dir jetzt erklären musste, wo er jetzt scheiße war. Okay, also, pass auf. Der ist die Straße entlang gerannt, ja? Der ist nicht von der Straße weg, oder so, ja? Der ist nicht hier den Berg hoch, oder sowas, ja? Eins von beiden. Richtig? Eins von beiden. Aber da... Ja, okay. Ich renne jetzt einfach mal drauf los, ey. Ist ein bisschen riskant. Ja. Scheiße. Und ich kann hier kein... Kein Haken... Kein Haken finden. Kein Haken? Vielleicht wird er hier hochkommen und mich erschlagen. Das ist der Witz. So gar nicht mehr. Scheiße, man. Ich weiß nicht, wo der ist, Alter. Ich renne jetzt hier... Einfach den Berg hoch. Die Stadt ist in dem Bett doch hochgewandt, oder was? Ja, das ist ein bisschen. Das ist von beiden. Ah, okay, okay, so, ja. Na, auf der Straße ist er nicht. Na, dann müsste er hier den Berg hoch. Dann müsste er zu mir kommen, eigentlich. Ja, kann auch seinerseits... So, da ist doch die Straße entlang und schon viel weiter ist. Also, ich weiß nicht. Ich denke. Also, wir haben bei mir schon mal ein Problem. Ich habe das Gewehr verloren. Und ich hänge fest. Ich komme da nicht mehr weg, wo ich gerade bin. Ich springe nur da so. Ich kann nicht, ne. Ich habe gerade schon Disconnected. Ich konnte da nicht gerade auch von da so. Hey, ich magst du mich vielleicht retten, denn ich komme hier irgendwie nicht nach. Ja, ich komme sofort. Ich muss das mal... Guck mal, mich erstmal kurz zu dem Typen. Du bist ja noch nicht rot hungrig, ne? Ne. Ach, scheiße, das ist so schwer. Nee, ich finde den nicht. Ich gehe jetzt Richtung Strand, vielleicht kriege ich Richtung Strand. Aber ich bin noch ganz oben auf dem Weg. So ein Scheißer, ey. Ich habe euch geht auf dem Weg. Ich renne weiter zur nächsten Stadt, aber ich habe es hier gerade vermasen. Ich renne jetzt zurück zum Strand, aber oben entlang. Das ist ja doch hier oben irgendwo. Okay, der kann den Berg einfach runter gehen. Also normal, es gibt auch noch Beine. Der ist vielleicht hier zum Haus, und dann ist er vielleicht wieder zurück. Das weiß ich aber nicht. Ne, der ist bestimmt hochgelaufen. Nicht zu lang. Na, da bin ich ja auch lang gerannt, aber da war der halt nicht, ne? Hey, wieso kann ich hier keine Hölzer suchen? Das ist so wichtig, Bruder. Der muss hier irgendwo abgebogen sein. Irgendwie links oder rechts auf den Berg hoch gerannt sein. Sonst hätte ich den gesehen. Hast du erkannt, was der für eine Waffe hat? Ne, ne, war zu weit weg, ne? Ne, das schaffe ich nicht. Das ist mega langweilig, euch zuzuhören. Ich mach's mal. Ich mach's mal, du ab. Ich bin dann weg. Oder lock mich wieder ein. Ich bin ja schon mal versuchen, Alter, irgendwie komme ich von der Stelle nicht weg. Ja, wo bist du? In dem See. In dem See. In dem See drin. Und zwar bei... ...Turvoda. Das ist eine See. Ich bin fast runtergeklettert schon. Ich bin fast runtergeklettert schon. Aber schon krass, ne? Das hier... Ähm, auch. ...eine auf dem vollen Server hinkommt. Die... Weil... Weil die meisten gehen hierhin nur auf leeren Servern und so. Weil du ziemlich was kanntest auf dem vollen Server. Ja. Ich war so unbewaffnet. Ja, aber das... Dann hast du doch noch eine Waffe in deinem Zelt und so, ne? Nö. Auch nicht? Oh, was? Rubberbending. Boah. Serverbending? Rubberbending, ja, ja. Wenn man so zurück teleportiert wird und so. Oder durch die Gegend gezogen wird. Und ich bin grad in der Nähe von den Felsen und so. Ich bin auf dem Weg. Ich komm oben von den Felsen. Vielleicht bin ich unten. Wenn ich in den Häusern bin. Oh, willst du mich verarschen? Ich hänge immer noch fest. Ich komme nicht weg. Haben mir jemanden helfen? Kann ich jemanden schützen? Wieso? Stecksen fest. Äh, diesen ein... Shit durfte, warte mal. Vielleicht kann ich ja, wie ich boxe oder so. Oh, wo, was weiß nicht. Warte, ich update auf meine Karte. Oh, das kann doch nicht angehen. Ja, ey, Sommer hier ein bisschen lauern. Ja, wenn du mir auf die Beine hilfst. Ja, wo bist du? In welchem Haus? Ich bin jetzt da. Nein, ich bin da. Ich bin hier an der Oben. Zurück, zurück. Ich bin hier die Strasse hoch, da wo das jetzt verstanden ist. Da krieg ich auch nichts mehr. Hier. Oh, das ist doch scheiße. Vielleicht wird schlagen. Hier ist er hoch. Ach da, hier. Ja, ja. Komm mal, komm mal hier. Die ist voll gefährlich, Mann. Lass mal... Warte, kannst du ihn in das Haus reinkrabbeln? 2. __ Gesundheit. Sorry, danke. Gesundheit. Äh, ich komme nicht mehr weg, ne? Ich hing da jetzt fest. Kommt nicht rein. Nein, ne? Warte mal. Äh, Dennis? Wollt du dich umbringen? Kannst du mir noch mal kurz helfen? Ich hänge oben bei, äh, Turovo in dem Teich da fällt. Umso kurz auf meinen Server und renne es nicht. Ist kein Scherz, jetzt ernsthaft. Moment, warte, ich mach die Tür zusammen. Ich hab hier im Offen. Ich hab hier im Offen, die ich leicht zu erstellen. Ich hab hier im Offen. Ich hab hier im Offen. Ich hab hier im Offen. Es gibt noch die Tür. Ich hab hier im Offen. Ich hab hier in den Offen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020